Ja, also der nächste Song, wir dachten uns, weil heute war ja Fußball im Fernsehen. Und wir dachten, wir müssen uns auch ein bisschen daran erinnern, dass es nicht nur neben Gewinner an. Natürlich auch Verlierer gibt, ganz klar. Und deshalb wollten wir den nächsten Song, den Jungs von Argentinien widmen. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020